Hallo, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. Heute reden wir über die Verkehrsregeln, die ihr beim Fahren mit einem Anhänger einhalten solltet. Wie schnell dürft ihr mit einem Anhänger fahren? Wo und wie dürft ihr euren Anhänger parken? Und welche speziellen Verkehrsregeln müsst ihr sonst noch beachten, wenn ihr mit einem Anhänger unterwegs seid? Wie schnell dürft ihr mit einem Anhänger fahren? Innerorts gilt für alle Kraftfahrzeuge ein Tempolimit von 50 kmh, auch mit Anhängern. Außerorts hängt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wiederum von eurem Zugfahrzeug ab. Handelt es sich dabei um einen PKW, müsst ihr normalerweise ein Tempolimit von 80 kmh einhalten. Gleiches gilt für LKW und Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu jeweils 3,5 Tonnen. Und Kraftomnibusse dürfen in der Regel sowieso nur 80 kmh fahren, ob mit oder ohne Anhänger. Mit allen anderen Kraftfahrzeugen. Also zum Beispiel schweren LKW müsst ihr außerorts ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern einhalten. Alle eben genannten Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten übrigens auch auf der Autobahn. Hat euer Zugfahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen, könnt ihr unter Umständen auch eine Tempo 100 Zulassung für euren Anhänger erhalten. Hat euer Anhänger dann diese Zulassung, gilt für euer Gespann auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen nicht mehr das Tempolimit von 80 kmh, sondern von 100 kmh. Auf der Landstraße müsst ihr aber weiterhin 80 kmh fahren. Was müsst ihr beim Parken mit einem Anhänger beachten? Die Straßenverkehrsordnung hat einige Regeln speziell zum Parken von Anhängern aufgestellt. Erstens stellt ihr euren Anhänger ohne das Zugfahrzeug im öffentlichen Raum ab, darf er höchstens zwei Wochen dort stehen. Das gilt natürlich nicht, wenn auf dem Parkplatz explizit eine längere Standdauer erlaubt wird. Zweitens hat euer Anhänger eine zulässige Gesamtmasse von mehr als zwei Tonnen gelten bestimmte Verbote, wenn ihr ihn zusammen mit eurem Zugfahrzeug parkt. Diese betreffen Wohngebiete, Erholungsgebiete, Kurgebiete und Klinikgebiete. Hier dürft ihr euer Gespann zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonnen- und Feiertagen nicht parken. Und drittens, parkt ihr euren Anhänger auf der Fahrbahn, muss dieser nachts immer mit einer eigenen Beleuchtung oder einer zugelassenen lichttechnischen Einrichtung kenntlich gemacht werden. Das gilt selbst dann, wenn ihr ihn unter einer Straßenlaterne abstellt, die die ganze Nacht in Betrieb ist. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Verwendung einer reflektierenden Parkwarntafel. Welche weiteren Verkehrsregeln gelten speziell für Anhänger? Seid ihr außerorts auf einer Straße mit mindestens drei Fahrstreifen unterwegs, ist der ganz linke für euch und euren Anhänger tabu. Dabei spielt es auch keine Rolle, was für eine Art von Zugfahrzeug ihr fahrt. Einzige Ausnahme von dieser Vorschrift, ihr wollt euch zum Linksabbiegen einordnen. Dann ist es selbstverständlich erlaubt, den linken Streifen zu benutzen. Eine weitere wichtige Regel. Personen dürfen auf oder in Anhängern in der Regel nicht transportiert werden. Aber auch hier gelten ein paar Ausnahmen. Müssen diese Personen zum Beispiel während der Fahrt notwendige Arbeiten an der Ladefläche verrichten, dürfen sie das auch tun. Wird der Anhänger für Forst- oder landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt, ist das Mitnehmen von Menschen erlaubt. Es müssen allerdings geeignete Sitzgelegenheiten vorhanden sein. Stehen während der Fahrt ist auf dem Anhänger nur erlaubt, wenn das zur Begleitung der Ladung oder zum Verrichten notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Habt ihr sonst noch Fragen zum Fahren mit Anhänger? Dann stellt sie uns in den Kommentaren. Lasst uns außerdem ein Like da und abonniert uns, wenn ihr noch mehr über das Verkehrsrecht lernen wollt. Bis zum nächsten Video von Bußgeldkatalog.org.